Ich suche meinen Bruder immer noch und ich habe ihn noch nicht gefunden. Er hat kein Social Media und natürlich macht man sich Sorgen, ob er vielleicht überhaupt noch in Deutschland wohnt, ob ihm etwas passiert ist oder irgendwas anderes. Ich habe etwas Neues erfahren. Meine Mama hat mir nämlich gesagt, dass er einen Zweitnamen hat. Er heißt Marc Ivan und ist nicht nur drei Jahre älter als ich, sondern vier Jahre. Sie wusste auch noch sein Geburtsdatum und lustig ist, dass er auch vom Sternzeichen her Steinbock ist. Steinbocker sind ja eher ehrgeizig und kämpfen für seine Ziele, sind sich treu gegenüber ihrer Liebsten und sie haben einen sehr kontrollierten Charakter. Natürlich haben Steinbocker auch Schwächen. Er ist engstirnig, starkköpfig und diskutieren bringt meistens überhaupt nichts. Emotional sind wir Steinbocker auch nicht gerade und ich kann zum Beispiel schwer meine Emotionen zeigen. Man hat es definitiv nicht einfach mit uns, aber haben wir uns für eine Person entschieden, kommen meistens keine anderen mehr in Frage. Jetzt, wo ich weiß, dass wir beide relativ ähnlich sein könnten, würde ich ihn umso mehr gerne kennenlernen. Meine Mama hat jetzt auch erzählt, dass nach dem Tod unseres Vaters Babybilder von mir bei ihm gefunden worden sind. Und